Aus Hexenjagd – Die Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa von Brian P. Leeweck Kapitel 5 – Das gesellschaftliche Umfeld Wer waren die Hexen? Um die den Hexenverfolgungen zugrunde liegenden sozialen Spannungen zu erfassen, ist es zunächst zu ermitteln, welche Bevölkerungsgruppen vorwiegend der Hexerei bezichtigt wurden und warum sie häufiger betroffen waren als andere. Wie oben erwähnt, geben die Quellen nur äusserst dürftige Auskünfte über die Hexen und die Motive derer, die sie beschuldigten, weshalb die Untersuchung dieses Problems ins Spekulative führt. Und selbst dann, wenn die Informationen relativ umfangreich sind, bleibt es schwierig herauszufinden, welche Charakteristika der Hexe und welche Konflikte zwischen ihr und ihrem Nachbarn zu Anklage führten. Die Quellenlage erlaubt es lediglich, Anklagetypen herauszuarbeiten und mögliche Gründe der Anklagen zusammenzustellen. Das Geschlecht Am besten belegen die Quellen, dass es sich bei den wegen Hexerei verurteilten Personen überwiegend um Frauen handelte. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, waren in den meisten Regionen Europas mehr als 75% der Hexen weiblich, in der englischen Grafschaft Essex, dem Bistum Basel und der Grafschaft Namur im heutigen Belgien sogar mehr als 90%. Diese Zahlen erlauben den Schluss, dass Hexerei ein mit dem Geschlecht zusammenhängendes, nicht aber, dass sie ein geschlechtsspezifisches Verbrechen war. Mit anderen Worten, Frauen wurden wegen ihres Geschlechts Schnellung der Hexerei verdächtigt und vor Gericht gebracht. Es gab aber kein weibliches Monopol auf das Verbrechen. Die Definition des Begriffs Hexe war durchaus auch auf Männer anwendbar. Genau wie Frauen konnten Männer schadensstiftende Magie ausüben, mit dem Teufel paktieren und am Sabbat teilnehmen. Manche Holzschnitte und Stiche des 16. und 17. Jahrhunderts, besonders solche, die den Pakt mit dem Teufel darstellen, zeigen ebenso viele Männer wie Frauen. In Russland und Estland stellten die Männer sogar die Mehrzahl der angeklagten Hexen, während in den meisten skandinavischen Ländern beide Geschlechter in nahezu gleichem Masse vertreten waren. Es gab allerdings nur wenige Situationen, in denen Männer ebenso stark wie Frauen der Hexerei verdächtigt wurden. Dies war zum Beispiel dann der Fall, wenn Hexenprozesse eng mit der Verfolgung androformen von Heresie verbunden waren. Wie William Monter nachgewiesen hat, wurden im 15. Jahrhundert, als im Jura zur gleichen Zeit Hexen und Valdenenso verfolgt wurden, weit mehr Männer als Frauen vor Gericht gestellt. Der Grund dafür lag darin, dass Heresie, anders als Hexerei, nicht grundsätzlich mit dem Geschlecht in Verbindung gebracht wurde. Ganz sicher gehörten zahlreiche Frauen zu den Heretikussekten des Mittelalters und deren hohe Anzahl kann dazu beigetragen haben, dass sie später mit Hexen gleichgesetzt wurden. Aber weit aktiver betätigten sich Männer in den Sekten. Sie gerieten daher auch schnell in Verdacht der neuen Heresie der Hexerei. Bezeichnenderweise betonten die Richtungen in diesen frühen Hexenprozessen, die meist vor kirchlichen Gerichten geführt wurden, den diabolischen oder heretischen Aspekt der Hexerei weit stärker als das Maleficium. Die Tatsache, dass Heresie nicht als geschlechtsspezifisches Verbrechen galt, erklärt vermutlich auch, warum die Inquisition in Spanien und Rom einen weit höheren Anteil an männlichen Hexen als die meisten anderen europäischen Gerichtshöfe verurteilte. In Kastilien und Venedig zum Beispiel lag der Anteil der männlichen Hexen, wie aus Tabelle 3 hervorgeht, weit über dem europäischen Durchschnitt. Im Königreich Aragon, wo vor weltlichen Gerichten fast ausschliesslich weibliche Hexen verurteilt wurden, waren in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 72% der von der Inquisition verurteilten Hexen männlich. Wie die kirchlichen Gerichte des späten 15. Jahrhunderts im Jura verfolgte die Inquisition in Spanien und Italien Hexerei vorwiegend als eine Form der Ketzerei und nicht oder kaum im Zusammenhang mit dem Maleficium. Definierte man das Verbrechen in dieser Weise, waren auch zahlreiche Mennon davon betroffen. Anklagen wegen Hexerei drohten Mennon auch, wenn es um politische Hexerei ging. Tatsächlich nutzten im Mittelalter Mennon die rituelle Magie, um ihre politische Karriere günstig zu beeinflussen. Manche Aspekte des Hexenglaubens wurden in diesem Zusammenhang entwickelt. Mit der allmählichen Verwandlung des Magiers in eine Hexe änderten sich das Geschlecht und der Sozialstatus des Übeltäters. Aber in der Frühzeit der grossen Hexenjagd war dieser Übergang noch nicht abgeschlossen. Deshalb ging es bei vielen frühen Hexenprozessen auch um Verrat. Und folglich wurden zu dieser Zeit mehr Mennon als Hexen verfolgt, als auf dem Höhepunkt der Hexenverfolgung. Auch wenn die Hexenjagd ausser Kontrolle geriet, wurden zwar nicht sehr häufig, aber doch gelegentlich relativ viele Mennon angeklagt. Das geschah, wenn in Kettenreaktionen erhobene Anklagen und Massenhysterie zu fast wahlloser Benennung angeblicher Hexen führten. Dann konnten die üblichen Vorstellungen von einer Hexe bedeutungslos werden, sodass viele Menschen, die diesem Bild nicht entsprachen, auch Männer mit hohem Sozialstatus der Hexerei bezichtigt werden konnten. Abgesehen von diesen drei Annahmen bleibt zu erklären, warum in den meisten Fällen und bezogen auf die Gesamtzahl aller Verfahren die Hexen in der überwiegenden Mehrzahl weiblichen Geschlechts waren. Der Hinweis, dass die typische Hexe schon immer weiblich war und dass folglich Menschen, die befürchteten, dass sie das Opfer von Hexerei seien, instinktiv Eho-Frauen als Männerverdächtigten und Anklagten, reicht dazu nicht aus, wenn er auch bis zu einem gewissen Masse zutrifft. Da in der antiken und mittelalterlichen Kultur, in der Literatur und in der Kunst der Prototyp der Hexe immer weiblich war, wurden natürlich Frauen schneller der Hexerei verdächtigt als Männer. Das Bild der Hexe war jedoch sowohl ein Produkt als auch eine Quelle von Anschuldigungen und Strafprozessen. Wenn Frauen nicht schneller in den Verdacht der Hexerei geraten wären als Männer, wäre das Bild von der ausschliesslich weiblichen Hexe nicht entstanden. Frauen wurden unter anderem deshalb schneller der Hexerei verdächtigt als Männer, weil sie als moralisch ungefestigter galten und daher nach allgemeiner Ansicht anfälliger für die Versuchungen des Teufels waren. Diese Auffassung, die bereits im frühen Christentum vertreten wurde, tauchte in den frühneuzeitlichen Traktaten häufig auf, besonders in dem zutiefst frauenfeindlichen Maleus Maleficarum. Dessen Autor begründet die weibliche Charakterschwäche nicht nur mit der intellektuellen Unterlegenheit und der Abergläubigkeit der Frau, sondern auch mit ihrer sexuellen Leidenschaftlichkeit und erschliesst daraus, Zitat, dass alle Hexerei von der fleischlichen Lust kommt, die bei Frauen unersättlich ist. Zitat Ende. Die Vorstellung, dass Frauen den sinnlicheren und sexuell zügelloseren Teil der Menschheit bilden, war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit allgemein verbreitet. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Frau auch gelegentlich als sexuell passiv beschrieben. Am stärksten wurde dieses Bild von Klerikern, besonders Mönchen, propagiert, die in der Frau die Verkörperung der sexuellen Verführung sahen, aber es war keineswegs auf klerikale Kreise beschränkt. Baudin, ein weltlicher Jurist und Magistrat, sprach ähnlich wie Sprenger und Kramer von der Zitat, Bestialischen Gier, Zitat Ende, der Frauen und Bouget, ebenfalls ein weltlicher Richter, behauptete, der Teufel pflege mit allen Hexen sexuellen Umgang, da er wisse, dass, Zitat, Frauen die fleischlichen Vergnügungen lieben, Zitat Ende. Fleischeslust galt als ein Hauptmotiv der Hexerei. Man glaubte, dass sexuelle Verführung die Hexe zum Pakt mit dem Teufel veranlasste und diese sich dann beim Sabbat der sexuellen Promiskuität hingebe. An den Orgien nahmen auch männliche Hexen teil, aber die Annahme, dass Frauen gierige auf sexuelle Befriedigung bedacht seien, verstärkte die Vorstellung von der weiblichen Hexe. Visuell bestätigt wurde dieses Bild zusätzlich von Hans Baldung Green, der Hexen als Verkörperung des weiblichen Sexualtriebs darstellte. Die Vorstellung, Hexen seien moralisch ungefestigt und sexbesessen, mag besonders jene Angehörigen der gebildeten Elite, die sich an religiös motivierten Kampagnen zur Erneuerung der Volksmoral Beteiligten dazu verleitet haben, Frauen als Hexen zu verdächtigen und zu verfolgen. Für einfache Menschen, die oft als erste andere der Hexerei bezichtigten und gegen sie aussagten, war diese Vorstellung weniger wichtig. Sie teilten vielleicht manche klerikalen Ansichten über Frauen, aber da sie sich stärker für die magischen, als für die diabolischen Aspekte der Hexerei interessierten, neigten sie Eho dazu, Frauen zu verdächtigen, weil deren überkommene gesellschaftliche Rolle diesen mehr Gelegenheit zu Schaden stiftende Magie bot als Männern. Im frühneuzeitlichen Europa waren Frauen Köchinnen, Heilkundige und Hebammen. Sie übten damit Tätigkeiten aus, bei denen der Vorwurf der Hexerei schnell zu Hand war. Als Köchinnen hatten sie nicht nur die Gelegenheit, die zum Zauber benötigten Kräuter zu sammeln, sondern sie verfügten auch über die Fähigkeit, daraus Tränklein und Salben herzustellen. Nicht zufällig werden Hexen oft vor grossen Kesseln stehend dargestellt, in denen die Ingredienzien zusammengebraut wurden. Dass ein Mann eine solche Tätigkeit ausübte, war zumindest damals kaum vorstellbar. In den Dörfern des frühneuzeitlichen Europa betätigten sich Frauen als Heilkundige. Dabei benutzten diese weisen Frauen eine breite Palette der Volksmedizin, vorwiegend Kräuter und Salben. Viele dieser Anwendungen konnten als Zauberei betrachtet werden und sei es nur, weil die natürlichen Ingredienzien zusammen mit Zaubersprüchen oder abogläubischen Gebeten verabreicht wurden. Da die weisen Frauen in ihren Dörfern nützliche Dienste leisteten, wurden sie von ihren Nachbarn meistens toleriert. Es drohte ihnen jedoch jederzeit die Anschuldigung wegen Ausübung weisser Magie und wenn Dorfbewohner erkrankten oder plötzlich starben, gerieten die Heilkundigen in Gefahr der schädlichen Zauberei bezichtigt zu werden. Der Maleus Maleficarum behandelt besonders solche Frauen, die sowohl heilen als auch schaden können und 1499 versicherte eine Frau aus Modena von der Inquisition, dass, Zitat, wer zu heilen weiss, auch weiss, wie man zerstört. Zitat Ende Analysen von Zeugenaussagen aus Frankreich, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Schleswig-Holstein, England, Schottland und Neuengland ergaben, dass viele Frauen, die der Hexerei beschuldigt wurden, in Wirklichkeit solche weisen Frauen waren. Dies gilt auch für Frankreich, wo rund die Hälfte der Hexenprozesse, die zur Revision an das Parlament von Paris gelangten, Fälle von Zauberheilung betrafen. Wie Köchinnen und Heilkundige traf der Vorwurf der Hexerei auch Hebammen. Bis ins 18. Jahrhundert, als männliche Heiler und Ärzte sich als Geburtshelfer zu betätigen begannen, besorgten ausschliesslich Frauen die Entbindungen. Zahlreiche Hebammen, wenn auch kaum so viele, wie man einst glaubte, wurden der Hexerei bezichtigt. Der wichtigste Grund für solche Anschuldigungen lag darin, dass man die Hebammen für den Tod vom Neugeborenen verantwortlich machte. In einer Zeit, in der ein Fünftel aller Kinder entweder bei der Geburt oder in den ersten Lebensmonaten starb und in welcher der Tod eines Kindes nicht gerade ein seltenes Ereignis war, erwies sich der Vorwurf, die Hebamme habe das Kind getötet, als ebenso nützlich wie plausibel und bot den trauenden Eltern eine Möglichkeit der Rache. In einigen Fällen wurde die Hebamme Opfer jahrelang aufgestaut durch Verdächtigungen. 1587 wurde in der deutschen Stadt Dillingen eine Hebamme namens Walpurga Hausmännin beschuldigt, durch Zauberei den Tod von 40 Kindern verursacht zu haben, wobei einige Todesfälle zwölf Jahre zurücklagen. War eine Hebamme erst einmal wegen verschiedener Maleficia angeklagt, verschaffte die Dämonologische Theorie, die den Richtern natürlich zugänglicher war als dem gemeinen Volk, ihrem Verbrechen zusätzliche Plausibilität. Hexen waren angeblich eifrig darauf bedacht, sich ungetaufte Kinder anzueignen, um sie dem Teufel zu opfern, ihr Fleisch beim Sabbat zu verzehren und aus den Überresten magische Salben herzustellen. Als Hebammen hatten die Hexen die beste Gelegenheit, die benötigten Kleinkinder zu beschaffen, beziehungsweise sie in des Teufels Namens zu taufen. 1728 wurde eine Hebamme aus dem ungarischen Zeget wegen Hexerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie 2000 Kinder in Satans Namen getauft habe. Häufiger noch als Hebammen wurden Frauen der Hexerei bezichtigt, die zur Versorgung von Kleinkindern engagiert worden waren. Lindal Ropo hat nachgewiesen, dass im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert viele der Augsburger Hexenprozesse aus Streitigkeiten zwischen Müttern und Dienerinnen entstanden, die nach der Geburt einige Wochen lang Mutter und Kind betreuten. Es war nur natürlich, dass die Mütter ihre Sorge um die eigene Gesundheit und die ihrer neugeborenen Kinder auf diese Frauen übertrugen. Sobald sich ein Unglück ereignete, war schnell der Vorwurf zu Hand, die Wochenbettpflegerin habe dem Kind die Nahrung entzogen oder es getötet. Interessant ist an diesen Anschuldigungen, dass sie Eho aus Spannungen zwischen Frauen und nicht zwischen Männern und Frauen entsprangen. Das gilt auch für viele andere Anschuldigungen gegen Frauen, die bezichtigt wurden, Kleinkindern geschadet zu haben. Dass diese Spannungen zwischen Frauen entstanden, erklärt auch, warum so viele Zeugen bei Hexenprozessen Frauen waren. Eine letzte Erklärung für die überwiegende Anzahl weiblicher Hexen liefert schliesslich der Glaube, dass Frauen, die weder über die physische Kraft noch die politische Macht von Männern verfügten, Zauberei als Instrument des Schutzes und der Rache nutzen könnten. Die Fähigkeit, durch Zauber Schaden zuzufügen, war eine der wenigen Formen der Macht, auf die Frauen im frühneuzeitlichen Europa Zugriff hatten. Auch selbst wenn sie in Wirklichkeit zu solchen Zwecken keine Zauberkünste einsetzten, wurden sie dessen natürlich verdächtigt. Diese volkstümliche Sicht der Hexe als mächtige Frau erinnert uns daran, dass die Hexe zwar häufig das Opfer und der Sündenbock für gesellschaftliche Missstände, in den Augen ihrer Nachbarn aber mächtig und bedrohlich war. Wenn die Nachbarn zu ihrer Verurteilung und Hinrichtung beitrugen, dann vergingen sie sich nicht an einer hilflosen alten Frau, sondern sie handelten in der Überzeugung, sie bekämpften eine Art weiblicher Macht, die sie, ihre Kinder und Haustiere im grossen Masse gefährdet hatte.